Für mich als Betrieb ist es ein ganz klarer Vorteil, dass man nicht nach Rauch riecht und das auch ziemlich unangenehm für unsere Patienten sein kann. Ich bin Céline Hertach, ich mache die Lehre als Podologin hier in Podospa in Oerliken. Mein Name ist Christin Niklaus, ich bin Geschäftsmitinhaberin der Firma Podospa und ich bin verantwortlich für die Ausbildung von meinen Lernenden. Die Motivation von Zack Stark ist ganz klar, die Lernenden rauchfrei zu behalten. Ich habe für die ganze Lehrzeit einen Nichtrauchervertrag unterschrieben, wo man auf sämtliche Tabakware verzichtet, wie Zigaretten, Snooze und vieles mehr. Ich bekomme von meinem Betrieb 100 Franken pro Lehrjahr als Belohnung. Es gibt sicher solche Momente, wo der Neugier da ist, um es mal auszuprobieren. Aber wenn ich dann wieder auf das Projekt denke, das Zack Stark Projekt, das mich auch motiviert dazu, ist es auch kein Thema mehr. Ich kann jedem Betrieb den Tipp geben, dass es auf Freiwilligkeit basierend ist. Fragen doch eure Lernenden, ob sie mitmachen wollen und unterstützen sie dabei. Vielen Dank. Vielen Dank. Wunderschönen Reaktion Ich bin gerade auf das Projekt. Ich bin gerade in den Tipps.